Der Bundesrat verurteilt die militärische Intervention Russlands auf Schärfste. Der Bundesrat ist in grosser Sorge um die Menschen in der Ukraine. Ich habe eine klare Botschaft an Präsident Putin. Er soll diesen sinnlosen Krieg stoppen, weil es kann nicht sein, dass ein Mensch das einfach so viel Leid zumutet und zustößt an andere Menschen, wie jetzt der Fall ist mit diesem sinnlosen Krieg. Also, stopp Putin, stopp. Aus Solidarität und weil ich jeden Krieg ganz schrecklich finde und ich finde es völlig ungerecht und man muss das stoppen. Es ist einfach eine Schande für das Jahr 2022 und ich möchte einfach, dass es stoppt. Ich will, dass Krieg stoppt. Ich habe das auch jetzt da geschrieben. Bitte hilft uns, bitte Schweiz. Wir möchten Frieden in Europa. Amen. 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 Amen.